Im heutigen Video teste ich eine Limit Edition von den Isaac Feel Good Bar im Geschmack Crunchy Banana. Der Riegel hat eine sehr dünne weiße Schokoladenschicht erhalten. Man kann auf jeden Fall sehen, dass die Proteinmasse selber dunkel ist. Vom Geruch her kommt der Bananenanteil richtig fein durch. Die Konsistenz des Riegels ist angenehm weich und fasenweise crunchy bzw. knackig durch den enthaltenen Bananenchips sowie den Mandelstückchen. Der Proteinanteil setzt sich aus einem Mix aus Erbsenprotein und Buffalo-Würmchen zusammen. Ich bin gespannt, wie die Kombination schmecken wird. Der Riegel schmeckt durch und durch wie eine nicht so süße, reife Banane. Der Geschmack ist sehr natürlich, man hat keinen komischen Beigeschmack. Und von dem Protein-Mix merkt man auch absolut gar nichts. Sprich, es hat keinen pflanzlichen Beigeschmack. Ich finde die Konsistenz richtig gut. Die ist so schön weich und mit den crunchy Bananenchips und den Mandelstückchen hat man phasenweise eine nette Abwechslung. Ich finde den Riegel wirklich extrem lecker. Ich könnte mir auch vorstellen, dass statt der weißen Schokolade eine dunkle Schokolade hergenommen wird. Und was auch noch richtig genial wäre, wenn sich in der Masse einige Schoko-Chanks befinden würden. Aber ansonsten kann ich den Riegel auf jeden Fall weiterempfehlen, vor allem an jene, die gerne einen intensiven Bananengeschmack mögen.